Ja, viele sprechen jetzt zurzeit auch über den Kampf von Regina Halmich gegen Stefan Rapp. Ja, das ist Entertainment. Die Leute, die Einschaltquoten hochschieben. Beide boxen, das ist cool. Die werden mit ihrer Reichweite ein neues Publikum werben für den Boxsport. Und ja, mal gucken, was da läuft. Aber ist sowas gut für Boxen? Ich habe mir darüber noch keine Gedanken gemacht und kann dazu nichts sagen. Aber hast du noch einen Favoriten? Oder denkst du, dass Regina Halmich doch als Profisportlerin ehemalige doch größere Chancen hat? Ja, das kommt auf den Tag drauf an, wer einen besseren Tag hat, wer das Ding macht. Ja, wir haben schon gestern mit dir gesprochen, mit deinen Plänen. Den ersten Plan hast du jetzt erfüllt, den Kampf gewonnen. Ja. Und du wirst jetzt wahrscheinlich am 18. Mai weitermachen. Genau mit so einem Ergebnis fahre ich nach Riyadh. Ich fahre nach Riyadh, um genau so ein Ergebnis zu erzielen wie heute. Deswegen, das passt alles. Es kommt eine aufregende Zeit auf uns zu. Und derbeaten Familie zu können, das war mit dem Gegenspieler in der Hölle Sinai sehr wichtig. Untertitelung des ZDF, 2020